Ich habe tatsächlich mal wieder mit dem Diamond Painting angefangen. Ihr seht das hier gerade in dreifacher Geschwindigkeit. Es macht einfach so viel Spaß. Wollt ihr das gerne in dreifacher Geschwindigkeit sehen, in einfacher Geschwindigkeit? Soll ich da was zu erzählen oder mit Originalton? Schreibt es alles gerne mal rein.